her aber genau den zu dem ist mal kurz her und schaue ich mal durch die gegend norm folgt mir nicht das könnte für dich tödlich enden ich bin schon in die laberein das lukart eier du bist dadurch ja er ist ja gut schön schön ich könnte das jetzt beim besten will ich sagen ach wollte ich nicht da zurück das ist der ausgang der eingang das ist korrekt ich könnte es echt nicht sagen und andererseits will ich es auch nicht unbedingt zu viel zeit hier verschwenden genau da wo du bist wollte ich eigentlich hin den lässt sich nicht öffnen ok hier haben wir die Tür da ist ein mankeeper der tot ist da ist die blaue ach ja stimmt da ist gelb die nicht aufgeht vielleicht sollten wir beide uns mal davor stellen und ich schieße mir nur also ganz ehrlich keine ahnung mann 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 der ausgang weil ich mich jetzt nicht eine viertelstunde hier verschwenden und am ende ist es kein exit soll ich auf dich warten oder soll ich durchgehen kann schon durchgehen er ist es war es ist Sieg wird von 40 Prozent hat er am Anfang war ja ein Raketenwerfer wo 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 nicht schießen nicht dass es 100.000 Gegner dann kommen meins nein Kettensäger habe ich aber das muss langsam und vorsichtig erkundet werden was haben wir denn hier langsam und vorsichtig was haben wir hier was verstehst du daran nicht ich tue langsam und vorsichtig erkunden oh was sind die da hier da bin ich soll ich drücken ok ich hole den Raketenwerfer uuuu ha Gott das sind viele Imps das sind viele Imps 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 aber 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 du bist gestorben ich glaube ich hier ist nicht so schlimm wenn man stirbt bei soviel oh nein nicht so einer du wirst nicht mit Cyber Imps oder sowas naja also mit Cyber bist du schon mal richtig aber nicht mit Imps ich habe dich überlebt du Cybermonster ich habe 71 Schuss also 71 Raketenwerfer habe ich und das dürfte machbar sein mit soviel Raketen wenn er mich nicht vorher killt und ich glaube das ist eine recht kurze Map ich denke ich jetzt mal oh ich bin gestorben aber ich keinen Ton von mir gegeben habe leise sterben vor der Wendel zwei Schüsse für ein Cyberdeam das müsste reichen kommen ja genau kannst du dich an die Secret Levels erinnern ja wieviel Schüsse waren das keine Ahnung mehr wie zwei ja bisschen mehr hi ich schmecke meine Raketenwerfer ach ich renne doch noch in die gleiche also nicht in die gleiche aber nie darauf folgende renne ich rein ich sollte mal aufhören die Munition vom Raketenwerfer einzusammeln ich verreck ja doch immer naja aber ich bekomme langsam ich merke schon wie ich seine Beine anfangen zu zuttern deine oder seine seine na ok ich glaub dir alles wird gut ouch wo ist er wo ist er? ah ok ich hab ihn schon gesehen wo ist er jetzt? hm wahrscheinlich gerade auf meine Löcher im Spocken wahrscheinlich ah ok viel Spaß also er uuuh uuuh ja dann was da zack 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 das... dürfte doch nimmer lang dauern zack zack joink du bist tot ja woran habe ich das erkannt der kleine rakete mich getroffen hat wahrscheinlich darin 1000 stücke wahrscheinlich geflogen bin wo bist du ich bin doch nicht mal ein raketenschuss auf dich abfeuern mann bist so gemeint der ist ein arsch der ist nicht gemeint angreifen bitte ich soll nicht angreifen naja er mich er hoch fachsinnung viel lebens wo bist du da bist du naja du bist tot ja er hat mich vorher gesehen freut mich wie ein ninja angreifen hat sich nicht eher angeschlichen er von seinen beinen zittern und ich bin dort der raketenwerfer von ihm zittert ich weiß wo er ist ich habe gehört er ist tot gar echt habe ich ihn gedörter ist mit meinem letzten schoss ja er ist tot jetzt kann ich endlich meine munition an anderen leuten verschwenden hauptsache ich bin nicht vor dir na toll hat er das wie vor okay reicht das reicht wieder mit dem spaß man kann doch bestimmt noch die anderen runterfahren lassen oder täusche ich mich jetzt ich glaube ich täusche ja wenigstens ein schuss und er trifft mich noch also der andere was auch okay was war das das war schon wieder ein cyberdemon zwei cyberdemon oder ganz am rechtes mal paketenwerfer zwei cyberdemon warum müssen es zwei sein warum musste mich jetzt schon wieder killen und wieso kann ich nicht die computer area map mitnehmen bis oben die trap cyberdemon du kannst mich nicht töten von oben doch kannst du okay raketenwerfer er kann alles aber kann sich nicht so viel rumbewegen das ist vielleicht für uns vorteilhaft also wirklich nicht nur vielleicht cyberdemon war da der kill dich nein ich gehe jetzt nicht in deine nähe ist mir zu gefährlich ich habe gesagt woher kommt da muss doch sterben anscheinend eher nicht ich hätte anfangs vielleicht nicht so viele raketen aufnehmen sollen akut du bist du nicht tot bitte nicht bitte nicht ja sag mal okay ich habe wirklich gar nichts mehr jetzt kann er mich ruhig töten bist du tot ja na tolle dann greift er mich wieder an ich habe dort sterben ja nicht zwingend ist ja nicht so als hätte ich jetzt eine wahl nein anscheinend doch und tot das kann nicht sein doch mit meiner letzten rakete du hast den ersten mit einer letzten rakete kill und ich habe den zweiten mit meiner letzten rakete das war cool komme ich dahin ja und was bringt mir das gar nicht ja anscheinend nicht aber okay und da geht was runter ich denke ich habe gedacht das geht dann wieder rauf so erst mal jetzt den exit finden weil ich das level kann man abenden das ist nicht und schlafweißer tabel bist du dir sicher ich denke das ist die tür da oben gewesen ja ja das ist die tür da oben oder ne warte mal ich gehe mal irgendwo rein ich habe den exit gefunden okay das ist schön und gut ja weil ich meine wir werden jetzt nur verwirrend hier umgerannt da fahren sowieso keine gegner mehr guck mal da sind fast 50 50 ja das stimmt was sind wir schon im 9 level jetzt ich glaube ja dauerung sind so würden natürlich die liebt ins urlaubs platz da drin die ich lege wie das seite den jetzt nach dem welt schiedelten hausform ja oder war das grad level 9 ich glaube das war level 9 weil wir steht das klaus ich habe das 2 ich hatte überrascht war das level 9 ich dachte das wäre so nur ein kleines level gewesen und halt dann kommt noch mal eins und das war es dann aber anscheinend ja jetzt immer mit um zwei komplett fertig dann würde ich jetzt mal sagen ich hoffe es hat euch gefallen ja und man zieht sich beim nächsten mal wieder sie hat dann bis dahin